Hallo, was war das für ein Stein? Wo ist das hin, Alter? Das kann doch nicht weg sein. Du findest es nicht bei den Skeps. Kam einer vorbei mit dem großen Rucksack, hat alles reingepackt und ist weggerannt, oder was? Habe ich überhaupt Granaten mitgenommen? Scheiße. Ja, oh, Gott sei Dank. Moin, hallo und herzlich willkommen. Ich mach's wieder am Start. Ich will eigentlich nur wieder in den RPST rufen. Gehen wir mal hinten lang. Oh, 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 jetzt hat's geruppelt. Jetzt ist was gesporen. Das war ein fetter Ruppler. Jetzt ist was fettes gesporen. Kleiner Scherz. Angler Latein. Park of Angler Latein. Militar-Batterie. Ich komme. Ich hole jetzt meine Militär-Batterie ab. Ihr werdet's sehen. Ich bin jetzt mal hin. Ui, 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 das ist ja neins. Was soll ich? Dankeschön. Ja, was? Na ja, war er nicht auch noch irgendwo? Hier. Ja, irgendwie. Ne. Ne. ok so jetzt hier was sehen mein gut wo ist mein gut was ist alles erbärmig hallo das ist ein jammertal bis jetzt oh ach ne jetzt eine kiste scheiße ich dachte denen steht es schon naja lassen wir es sehen tja keine militärbatterie ja scheiße hier war es nun gute frage gehen wir runter und knallen ein paar Räder aus Rache ab das ist doch gut das hört sich gut an nichts aber was für ein erbärmliches jammertal ein tausendster OFZ-Shell kann es nicht fassen Scheiß-Magazin Scheiß-Magazin nichts das Schlüssel verschwendet für nichts und wieder nichts das ist ja das ist das ist ja das ist das ist Was will ich da auch mit? Was will ich da? Oh. Wir haben einen Banditen gesehen. Ich wollte ja mal schön Munition abgreifen. Was will ich da zumachen? Geil. Die kann weg. Das kann auch weg. So, das kommt mal mal. und nein nein und hallo was war das für ein schrei hallo 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 na klar da hab ich ja einen erschossen schon sind die Arschlöcher da gierig gierig und dumm hallo wer in der Kanada mitklaut hallo 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 ho hallo 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 Das war er, das war er, das war er! Scheiße, Scheiße! Was ist denn da? Hier ist er! Machi! Hier ist er! Er hat sich verletzelt! Er hat sich verletzelt! klauen wir mal ein loot ich lege es um und die kommen und wollen ernten also Das war's für heute. So, der Arschlöcher. Jetzt ist hoffentlich Ruhe. Meine Ernte einfahren. Guck doch, guck doch diese Wichser an, Alter. Die haben schon wieder alles geklaut, diese Huren-Söhne, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich hasse diese Vögel, Alter. Total auseinandergenommen. Sind die dumm, oder was? Gehen mir auf den Sack. Da hat einer eine PP90 gehabt. Ja, wo sind die jetzt? Alter, das kann nicht wahr sein. Ihr blöden Ficker. Und wo habt ihr dann das Zeug hingeschleppt? Habt ihr euch ins Arschloch geschoben, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ja zwei erschossen. Hier auch komplett geflattert alles. Die blöden Hunde, Alter. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber nicht, dass ihr... Da haben sie sich nicht damit verträgt. Aber doch, mach doch. Wie ich das hasse, Junge. Suchst du dein Zeug zusammen? Alles geklaut, Alter. Ihr blöden Pisser, Junge. Das ist ein Zeug. jetzt bin ich jetzt muss ich aber alles einzeln zusammensuchen und diesen blöden schwein einfach weg diese dummen schweine das geht mir auf den satt ja jetzt sagt mir wo die pp90 ist hier ist ein filter muss erst mal der arme zusammen das muss man ja umsortieren dann wird das auch was so dass man die arme zusammen alles an meine medikits ich habe mich schon gefreut holst du von den toten alles weg alles alles wo ist das hin wo ist das hin alter das kann doch nicht weg sein du findest es nicht bei den skeps kam einer vorbei mit großem rucksack hat alles reingepackt und ist weggerannt oder was das kann doch nicht sein wo ist das zeug hin dazu guckt schon wo ist das ganze zeug hin ich verstehe es nicht hier ist nichts mehr haben die komplett zerflattert alles alles zerfickt hier ist ein bisschen was so ach so ja das war der den ich nach draußen genommen komme ich jetzt noch durchs fenster wie viel wiege ich denn überhaupt 66 kg ne das ganze vergessen 13 minuten ohne da unten kein schiff machen raus äh okay alles cry zwei solche pilfer geil ich schmeiße den ruckzack jetzt irgendwo hin legt da unten alles um, mache an und laufe raus, natürlich mit rucksack was? so you better the fuck so we don't own the island Soll ich es mal wissen? Ist doch keiner. Soll ich es nicht. Die Scheißhaustür hat einer aufgemacht. Alter, ist das nicht ganz dicht? Nein, 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 raus. Nein, aber was war das? Was war das für eine Scheiße, meine Filter? Alter, diese Idioten, wieso waren die jetzt überall? Och Mann, es kann doch nicht wahr sein. Und was der eine ausgehalten hat, Alter, das war PP-Munition. Skorpion, ach, das waren wieder die Guards. Oh nein, ich renne noch völlig. Oh, ein Jusek, zwei Jusek, drei Juseks, ein Raider. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.